Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir üben weiter die Bildung des Perfekts, hier nun bei mit einigen Verben, die ähnlich wie die Modalverben behandelt werden. Das sind wenige, wir haben Ihnen hier ein paar aufgeführt, brauchen, lassen, sehen, hören, helfen. Auch fühlen gehört dazu. So, Olga wird mir jetzt die Fragen stellen und ich werde die Fragen beantworten. Bitte schön Olga. Nummer 1. Hat die Sekretärin die Besprechung mit Stenografiert? Nein, die Sekretärin hat diese Besprechung nicht mit Stenografieren brauchen. Nummer 2. Hast du den Wagen in der Werkstatt reparieren lassen? Ja, ich habe den Wagen in der Werkstatt reparieren lassen. Ich konnte das nicht selbst machen. Nummer 3. Hast du den Nachbarn nach Hause kommen hören? Ja, ich habe den Nachbarn sehr spät nach Hause kommen hören. Er war laut. Hast du ihn auch weggehen sehen? Ja, ich habe ihn früh am Abend weggehen sehen. Ja, ich habe ihn weggehen sehen. Nummer 5. Hast du den ertrinkenden Retten helfen? Den ertrinkenden? Hast du den ertrinkenden Retten helfen? Ja, natürlich. Ich habe den ertrinkenden Retten helfen. Der andere konnte das nicht allein machen. Wir zu zweit haben ihn gerettet. Dankeschön. Ja, danke Olga. Vielen Dank. Vielen Dank.